Hallo meine Lieben, heute ist ein wundervoller Tag für Bücher. Wir haben euch reichlich zu erzählen, reichlich mitgebracht. Und ja, hier oben steht Dauerwerbesendung. Das muss so sein, weil wir reden jetzt über Bücher und schwärmen darüber und haben hier Produkte und so weiter. Und deswegen Dauerwerbesendung. Ja, dann fangen wir erst mal damit an, dass wir Post bekommen haben. Ja, und zwar haben wir ein ganz, ganz tolles Päckchen bekommen von Christina. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ups, da war noch ein Herz drin. Ich hoffe, es ist nirgendwo reingefallen. Ja, also ihr seht schon, ein mega Glitzerkärtchen war dabei mit ganz, ganz lieben Worten. Ja, und wir haben sowas eigentlich noch nie gehabt. Das war wie Kindergeburtssache oder so. Es war bunt, alles war eingepackt mit Mickey-Maus-Papier und Glitzer und mit ganz vielen Herzchen hier. Schaut mal, alles hier so Herzchen. Unsere Nachbarn werden sich gefreut haben. Wir haben es nämlich draußen aufgepackt. Vielleicht ist das eine oder andere Herzchen rüber geflattert. Aber was ist schöner, als wenn Herzchen fliegen? Genau, und das sind dann wirklich herzliche Grüße. Ja, und das Besondere war, auf den ganzen Päckchen, die nochmal einzeln in diesem Päckchen lagen, waren Zahlen aufgeklebt. Und zu diesen Zahlen gab es Rätsel. Ja, und bevor wir zu den Rätseln kommen, ich hätte es mir hier nicht hinpacken dürfen. Mr. Creamy. Die erste Packung ist nämlich sofort gegessen worden. Gekillt worden. Komponiert beim Auspacken, sozusagen. Ja, es ist Kaugummi dabei gewesen. Und was mich richtig, richtig riesig gefreut habe, waren Tee-Proben. Ganz viele Tee-Proben. Und ich liebe Tee-Proben. Weil, ihr kennt es sicherlich selber, wenn ihr Teetrinker seid, ist es immer so, schmeckt das? Oder habe ich dann wieder zig Beutel rumstehen, wo ich nicht weiß, ob mir das überhaupt liegt? Und deswegen, und ich stand vor diesem Tee, diesem Nero-Tee, und habe noch überlegt, mag ich den oder mag ich den nicht? Sollte ich den ausprobieren? Irgendwie cool sieht er ja aus. Ist ja was Besonderes dran. Ja, und ich habe wirklich an dem Morgen noch vor dem Tee gestanden beim Einkaufen und habe überlegt, ob ich mir den mitnehme. Und dann kam dein Päckchen, Christina, und er war drinnen und ich kann ihn ausprobieren. Also vielen, vielen Dank. Ich habe auch schon die erste Tasse und ich habe ihn vertragen. Das ist ja auch so eine Sache bei mir und schwarz mit Tee. Und ja, also vielen, vielen Dank für die Teeproben. Damit macht man mir immer eine Freude, weil ich wirklich davorstehe, vor diesem riesigen Tee-Bald sozusagen. Und mich frage, mag ich das jetzt überhaupt? Will ich das trinken? Ja, für mich wird es richtig tricky dann zur Weihnachtszeit. Die heißen alle so schön und dann stehen da so herrliche Sachen drunter wie Marzipan und mit Zimt und was auch immer und Keksgeschmack. Aber letztendlich schmecken sie dann oftmals ziemlich ähnlich und es ist jedenfalls sehr oft auch nicht das, was ich jetzt gerade haben möchte. Ja, das ist immer das Drama mit dem Tee. Das hört sich gut an, aber es hält oft nicht der Realität stand. Dann was finden. Dann was finden. Aber das war ja noch nicht alles, was da drin war. Es waren noch reichlich andere Sachen dabei. Es war zum Beispiel dabei, Sophie gewesen, danke, aber es wird jetzt ein bisschen schwer, das abzuräumen. Vielleicht seht ihr das. Es ist selbst gemacht, aber nicht von ihr selbst gemacht. Ja, cool, oder? Ich habe noch nicht herausgefunden, welches Buch das ist. Ich werde aber nochmal auf Suche mich begeben. Wir haben ja so die Vermutung Jules Verne, so eine Richtung. Ich finde, es sieht ein bisschen Jules Verne-ig aus. Es spielt mit jemandem, ein Dr. Samuel Ferguson, genau. Also, falls ihr den Herrn kennt und wisst, wer das ist, in welches Buch der gehört. Und es beginnt mit einer Tagung der königlichen britischen Gesellschaft für Geografie. Ja, irgendwie habe ich, es hat so ein bisschen den Jules Verne-Vibe, aber gut. Wir werden es vielleicht rauskriegen, was das für ein Buch war. Und ja, das werden wir uns schön hier in den Hintergrund stellen. Vielleicht war das dann auch mal ein anderes Buchregal, aber das ist schön. Vor allen Dingen dieses Danke erinnert uns doch immer wieder daran, dass wir drehen sollten. Genau. Ja, das ist sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür. Und wie gesagt, es war so liebevoll aufgemacht. Es waren immer, wie zum Beispiel Geschenk Nummer zwei fürs Kochen. Ursprünglich aus Mexiko wird als Königin der Gewürze bezeichnet. Und das ist eine Duftkerze, die wir mir schon am Bett schreibt. Das ist Vanille. Genau. Und wir haben gerätselt Chili, aber Chili, nee, nee. Ja, und dann war es Vanille. Und das ist gleich nach oben gewandert. Und das hat Sina jetzt abends schon in Gebrauch. Ja, das habe ich. Ja, genau. Aber alles war so liebevoll, noch beschriftet. Und so vielen, vielen Dank. Es hat so viel Spaß gemacht. Immer mit so einem Rätsel dabei. Es hat so viel Spaß gemacht, das auszupacken. Und wartet mal. Dann war noch... Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ja, es ist hier jetzt gerade ein bisschen umständlich. 200 vegetarische Rezepte sind da noch drin. Dieses kleine Büchlein. Wir sind es. Yay. Und die sehen wirklich verflucht lecker aus. Griechischer Bauernsalat. Ich darf da jetzt nicht reingucken. Meine Essenszeiten sind vorbei. Das ist ärgerlich. Ich muss dringend wieder ins... So, kommst du. Aber in diesem Monat habe ich mir einen Relax- und is-was-du-willst-Monat gegönnt. Ja, mal gucken. So, und dann haben wir... So. Das war alles in diesem Päckchen. Ich sage, wenn wir durch sind mit dem Päckchen. Von Terry Pratchett, das Scheibenwelt Malgo. Schaut euch das an. Das ist wirklich toll. Und was besonders toll ist, wir haben es jetzt doppelt. Und mir war das ja immer zu... Ja, zu schade mit meinen Malkünsten, mich an Oma Wetterwachs... Ihr wisst, wie sehr ich Oma Wetterwachs liebe, daran zu wagen. Aber jetzt habe ich eins zu malen. Und ich werde mir alle Mühe geben. Und Sina darf auch malen. Oder hier, meine Hexe. Maa sagt, ich kann besser anmalen als die. Ich gucke... Ich gucke ja auch YouTube-Tutorials, wie man gut anmalt, wenn ich so etwas tue. Und Maa malt einfach. Und ich gucke mir genau die Techniken und so weiter an. Ich bin da so pingelig. Dann mal du mal. Ich traue mich trotzdem, glaube ich, nicht. Genau. Aber wir können jetzt. Wir können, können wir jetzt aufhängen. Und das finde ich richtig, richtig toll. Also eine super Idee. Ich würde mich so ärgern, wenn ich mich da vermahle. Das ist... Dann muss ich besser werden. Und wir haben... Liebe Claudia, wenn du dieses Video siehst, du kannst wunderbar anmalen. Ich nicht. Genau. Und wir haben diese wunderschöne Wunschlampe bekommen. Eine Wunderlampe. Sie sieht wirklich wunderschön aus. Leider kein Flaschengeist drin. Also er ist mir zumindest noch nicht erschienen. Vielleicht, wenn ich noch mal heute Nacht, vielleicht zur Geisterstunde oder so. Vielleicht habe ich da mehr Glück. Ist die nicht wunderschön? Ja, aber mit der hat es noch eine Bewandtnis. Vielleicht muss ich mir damit einfach mal einen orientalischen Prinzen bestellen. Ja, ein orientalischer Prinz für Sina wäre doch eine tolle Sache. Ja, finde ich auch. Ja, gleich steht er hier mit dem fliegenden oder fliegt an mit dem fliegenden Teppich. Dann werdet ihr Live-Zeuge, wie das funktioniert mit den Genies. Ja, das wäre geiler. Wäre das jetzt nicht echt geil, so einfach mal aus Spaß was gesagt, gerieben und dann auf einmal, das ist ein geiler Romananfang. Vielleicht sollte ich das schreiben. Ja, das finde ich, das fände ich jetzt gar nicht, das fände ich jetzt gar nicht schlecht. Das wäre doch einfach mal ein richtig genialer Romananfang. Steht euch jetzt mal vor, so eine Booktuberin, die ein Geschenk bekommen hat, eine orientalische Wunderlampe, dazu noch ein passendes Aladdin-Buch. Und dann wünscht sie sich das und ihr, oder die Welt ist dann Live-Zeuge, wenn das passiert. So entstehen Romane. Ja, vielleicht schreibst du den. Immer wieder werden Autoren gefragt, woher ihre Ideen kommen. Jetzt wart ihr live bei einer Idee-Geburt dabei. Und wer weiß, vielleicht setzt sie diese Idee ja noch um. Ja, vielleicht tue ich das. So, aber ein Buch, das dabei war, ist von Mareike Allnock. Gerade gefällt mir das sehr. Von Mareike Allnock, Jasmin, Orangenblütenzauber, Zwei Welten, Zwei Zeiten, Eine Liebe. Ist das ein schönes Cover? Und ich finde, das ist doch wohl eine Wahnsinnsgeschenk-Idee. So ein Buch und dazu, so eine Zauberlampe würde ich jetzt sagen. Wunderbare Wunderlampe. Wunderbare Wunderlampe. Finde ich einfach nur klasse. Also alleine schon für die Idee. Danke, danke, danke. So, und es gab noch ein Buch. Ja, und zwar Sturmnacht von Sophia Kronberg. Es geht um die Isle of Wight. Wir haben ja auch Bekannte auf der Isle of Wight. Und ja, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ihr habt da auch, wartet, ich habe auch irgendwo gesehen. Da ist, glaube ich, auch noch eine Karte von der Insel. Ja, gleich am Anfang irgendwie, ne? Nee, ich habe es noch nicht. Nee, noch nicht, noch nicht. Nee. Nein. Ha. Ha, hier. Doch. Immer hat es recht. Seht ihr das? So, und das werden wir, oder ich werde das, als Allernächstes, sobald die nächsten fünf Bücher bei mir abgebaut sind, gehen die beiden natürlich direkt darauf. Oder zumindest dann schon mal ein Buch. Weil fünf Bücher ist immer so wenig. Ja, aber Leute, dazu sei was gesagt. Jetzt kommt es. Das nächste Video ist schon abgedreht mit den fünf Büchern und das war nicht dabei. Nein, aber jetzt ist es ja frei. Wir haben es euch gezeigt und dann kann es auch dabei sein. So, dazu gab es noch diese wunderbare Duftkerze. Ach, ich liebe Duftkerzen. Das Problem ist nur, dass die meisten Duftkerzen, wenn man sie abfackelt, in mir riechen. Oder nur noch ganz schwach. Die können für mich so richtig intensiv sein. So, und Emmy hat auch ein Geschenk bekommen. Das heißt, eigentlich ist das Geschenk für uns. My Little Lovely Dog. Das ist ein kleines Täschchen. Das kann man sich an den Gürtel machen oder man kann es halt... Ja, an den Halsbauch. Ja, an das Halsband. Obwohl, dann wird sie zickelig. Dann bewegt sie sich nicht mehr, weil da ist ja irgendwas. Ja, das gefällt ihr also nicht ganz so gut. Also sie liebt zwar ihr Halsband, aber so mit was auf den Kopf setzen oder so. Oder wir wollten ja eher mal so ein Geschirr kaufen. Wir haben ihr so ein Geschirr gekauft. Ja, aber... So ein K2 oder wie die Dinger heißen. Kein Schritt mehr. Keinen Schritt. Bloß nicht. Und sie weiß, ich darf es jetzt nicht sagen, wenn wir sie dann halt mitnehmen, dann ist es unumgänglich, dass sie so ein Geschirr hat. Weil in unserem Fortbewegungsmittel... Mittel muss sie angegeschneit sein. ...sollte sie doch besser angeschnallt sein. Aber das weiß sie. Aber sobald sie dann wieder hier auf dem Grundstück ist, bleibt sie stehen und wir müssen es abmachen. Es ist doof. So, aber hier sind die kleinen Tütchen drin, die jeder Hundebesitzer haben sollte, wenn er irgendwo unterwegs ist, wo auch andere Fußgänger unterwegs sind, damit sie nicht auf Trittmienen treten, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, das war dieses wunderschöne Kinder-Partysuper-Paket. Wenn jetzt irgendwas nicht erwähnt wurde, es tut uns das leid, weil es schon irgendwo anders jetzt schon steht. Oder wie gesagt, den Magen verschwunden ist. Wir haben uns jedenfalls alle Mühe gegeben, alles brav hier zusammenzuhalten. Aber wie gesagt, Sina hat schon die Vanillekerze entführt. Ja, und wir haben uns riesig, riesig gefreut. Vielen, vielen Dank. Es ist doch einfach schön, wenn mal was anderes in der Post ist, als das, was man nicht so gerne in der Post hat. Und wenn man dann noch so eine schöne Karte mit so lieben Worten auch dabei hat, dann ist das doch einfach nur schön. Und wenn man mal eine Postkarte aus dem Urlaub bekommt, oder so wie bekommen, dann freuen wir beide uns immer riesig. So, übrigens, hier ist alkoholfreies Bier drin. Ich liebe alkoholfreies Bier. Es ist wirklich alkoholfreies Bier. Ich mag normales Bier nicht, aber alkoholfreies liebe ich. So, und hier haben... Fink schön, kaltes schmeckt das super. Und hier haben wir Erdbeer-Tee. Du hast Erdbeer-Tee. Sonst, nur Kaffee mag ich nicht so gerne. So, gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Und ich werde es auch relativ kurz halten. Es gab einen Schockmoment im letzten Vlog. Und vielleicht habt ihr es gesehen, die Kommentare da drunter und so weiter. Es war wohl dauernd Werbung reingeschaltet. Also für alle, die das gesehen haben mit diesen ständigen Werbeunterbrechungen, es tut mir unheimlich leid. Als ich es habe durchlaufen lassen, waren da keine Werbeunterbrechungen. Ich lasse es dann meistens nochmal durchlaufen, einfach im Hintergrund, um zu gucken, ob da irgendwelche Schnittfehler drin waren und ich es ganz schnell wieder aus dem Netz nehmen sollte oder so. Aber ich hatte keine Werbeunterbrechungen dabei. Es ist nicht meine Art. Ich hasse es selber bei Videos, wenn jetzt ständig nach 5 Minuten, nach 10 Minuten irgendwo wieder eine Werbepause ist. Und ich hasse es. Und das wollen wir euch nicht antun. Und von daher haben wir nur am Anfang eines Videos Werbung und danach nicht mehr. Sollte es passieren, bitte, bitte, bitte schreibt uns. Es kann jetzt natürlich sein, dass YouTube das standardmäßig macht. Sie machen es zumindest jetzt schon mal standardmäßig. Man muss sich gegen diese Funktion entscheiden. Nicht für diese Funktion, gegen diese Funktion. Danke nochmal an Luna in Geburt. Danke, 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 Luna, wenn du das siehst. Vielen, vielen Dank, dass du mir geschrieben hast. Und falls ihr Luna nicht kennen solltet, Luna ist auch eine Booktuberin, eine ganz, ganz liebe und geschauberne Person. Ach, ich denke, die kennt ihr alle. Ich glaube, die kennt ihr alle. So, jedenfalls, Luna hat mir geschrieben, dass das jetzt standardmäßig ist und dass sie da Memo gesehen hat. Ich habe das Memo übersehen und ja, ich habe es jetzt ausgeschaltet. Also standardmäßig ausgeschaltet. Kann natürlich sein, weil die Werbeeinnahmen durch Corona wohl weltweit sehr eingebrochen sind. Gerade die Printindustrie ist richtig am Klagen. Bis jetzt habe ich gehört, dass es zwar zurückgegangen ist bei Internetwerbung, aber dass der Print besonders leidet. Aber jedenfalls... Und vor allen Dingen, wir können YouTube natürlich auch verstehen. Ich meine, das ist ein Angebot für uns, dass wir kostenfrei unsere Videos hochladen können. Und es ist für euch natürlich auch kostenlos. Und von daher verstehe ich natürlich, dass YouTube auch ihre Einnahmen haben wollen. Und man muss es ja nicht übertreiben. Und ihr wisst es, wir sind in einer kapitalistischen Gesellschaft. Und das bedeutet, es muss, es geht nicht, dass etwas so bleibt, wie es ist. Es muss ja immer eine Steigerung rein. Es muss immer mehr Gewinn erzielt werden. Durch Corona ist das jetzt nicht so... Ich sage das Wort so oft nicht, dass ich zensiert werde. Egal. Also in jedem Fall... Durch die schwierigen Zeiten, durch die wir gerade alle durch müssen. Wenn ihr jetzt also einen YouTuber seht und auf einmal sind da Werbeblöcke reingeschaltet, das kann einfach sein, dass dieser jemand, genauso wie ich das Memo übersehen hat, dass das jetzt standardmäßig einfach mal angeklickt ist. Also, ja, seid da bitte ein bisschen nachsichtig. Ich bin aus allen Wolken gepurzelt, als ich den Kommentar darunter gesehen habe. Wenn es passiert, dann schreibt mir, dann überprüfe ich das. Nur ich könnte mir vorstellen, dass YouTube das jetzt allgemein versucht, irgendwann durchzudrücken, dass das immer so ist. Und es ist ja auch nicht so, dass wir den ganzen Tag halt vorm Computer sitzen und warten, was passiert da gerade. Wir haben ja auch noch andere Sachen zu tun. Das kann dann natürlich eine Zeit dauern, bis wir reagieren, aber wir gucken regelmäßig so zwei, drei, viermal am Tag, ob da irgendwas passiert und wenn... Wir haben nicht immer die Zeit zu antworten, aber wir gucken, was ihr euch schreibt. Wir antworten schon, aber es kann manchmal ein, zwei, drei Tage dauern, aber es wird gelesen und es wird auch geantwortet. Ganz klar. So, dann kommen wir zu etwas, das nenne ich dem großen Sub-Fail und dazu will ich euch... Das will ich euch einfach nicht vorenthalten. Ihr wisst ja, dass wir diese großen Sub-Videos reingestellt haben. Mar hat jetzt einen 50-Bücher-Sub ausgewählt. Ich habe einen 50-Bücher-Sub und... Ja. Ich war schon... Ich habe das eher für Mar gedacht. Mar hat gesagt, ja, finde ich super die Idee, aber da mach du auch bitte mit und sonst will ich das nicht. Und vor allem, was willst du mit deinen Print-Ausgaben, wenn du nicht reingehst? Genau. Und dann habe ich das ganze Ding abgedreht, habe es hochgeladen, habe es getimt, weil ich ja auch Videos vordrehe und einfach time. Wenn ich Zeit habe, rippe ich die, mache die fertig, mache die Infobox für euch fertig, packe die ins Internet und dann irgendwann werden sie freigeschaltet. Und ich wusste, dass es an dem Tag freigeschaltet wird und ich habe die ganze Zeit nachgedacht. Es hat mich nicht losgelassen. Will ich das machen? Soll ich das machen? Ich lese doch so gerne E-Books. Setzt mich das jetzt unter Druck? Sollte ich nicht einfach nach Lust und Laune freilesen und meine E-Books, die werden einfach, ich werde nie fünf Bücher abbauen. Habe mich da die ganze Zeit, habe ich überlegt und so weiter. Und dann irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt nimmst du es raus. Es wird nicht online gehen. Tja, nur da war es schon online. Da war es online. Ich habe gedacht, es geht so um 6 Uhr, 7 Uhr online. Ich muss mich verklickt haben, so, dass es irgendwie um 2 Uhr oder so online gegangen ist. Und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist es zu spät. Das Video ist im Netz. Und ja, jetzt habe ich den Sub. Erstmal werde ich mit ihm leben müssen. Und ich muss sagen, dass ich gerade tatsächlich lieber Print lese als E-Book. Das hat sich plötzlich ergeben. Ich hätte nicht gedacht, dass das so passiert. Aber vielleicht liegt es auch gerade an dem E-Book, das ich lese, dass ich einfach dafür gerade vielleicht nicht den Kopf habe oder so. Aber ich ziehe im Moment gerade Print vor. seltsame Welt. Kann ich sehr gut verstehen. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Also ja, und dann kommt... Warte, und es war dann ja auch so, ich hatte mein Sub-Video auch abgedreht. Dann war Sina ja noch am Zweifeln. Und vor allen Dingen hatte ich mir ein kleines Päckchen gewonnen. Und das kam dann halt auch an. Und dann habe ich gedacht, okay, nee, das eine oder andere Muster jetzt drauf. Du hast dir das gekauft, weil mein Interesse da ja auch gerade liegt. Also, für jeden, der jetzt sagt, oh, ich will aber das Rebar-Paket sehen. Es wäre so langweilig für euch. Es ist ein Vampir-Roman nach dem nächsten. Sie hat jetzt erst mal ihre Vampir-Reihen. Einmal von Katie McAllister und einmal von Lindsay Sands aufgestockt. So. Ja. Und ja, also nichts, nichts Besonderes, Leute. Es war nicht spektakulär. Nicht spektakulär. So, jedenfalls zum Sub. Für Leute, die sich jetzt dafür interessiert haben, ob wir wirklich alles auswürfeln und so weiter. Wir würfeln nicht immer alles aus. Das bedeutet, manchmal fühlt man sich ja zu einem bestimmten Buch ganz, ganz hingezogen. Dann geben wir dem nach. Weil in erster Linie geht es um das, um die Freude beim Lesen. Aber sehr oft stehe ich nach einem Buch, das ich jetzt gelesen habe, da und denke, alle sehen gleich aus. Kennt ihr das Gefühl? Alle Bücher sehen gleich aus. Man hat, man fühlt sich zu gut. Alle sehen gleich attraktiv aus. Oder unattraktiv aus. Ihr kennt es wahrscheinlich, dass ihr einfach so dieses Gefühl habt, ihr kommt aus einem Buch und welches soll ich jetzt als nächstes aufschlagen? Man fühlt sich nicht so gerade in mega Lesestimmung. Keins dieser Bücher schreit, hier, lies mich. Für mich ist es auch mal ziemlich schwierig, wenn ich ein Buch gerade gelesen habe, das absolut mega toll war, das mich wirklich geflasht hat, wo ich gesagt habe, oh Mann, da möchte ich jetzt im Grunde genommen mehr, mehr, mehr. Aber sind wir ehrlich, der Sub gibt es einfach nicht her. Und vor allen Dingen auch der Markt meistens nicht. Dann ist es schwierig. Also für mich ist es dann schwierig, ein Buch wieder zu finden, wo ich sage, okay, das wird mich jetzt nicht langweilen. Ja, also es ist, es ist noch ein anderes Problem dabei. Das ist uns dann auch noch aufgefallen. Vor allen Dingen beim Marr, obwohl bei mir das Problem noch leichter entstehen kann, nur, dass ich nicht so ähnliche Bücher da habe. Marr war jetzt in einer Fantasy-Welt. Zeigen wir euch gleich noch. Ich zeige euch jetzt nur gerade das Cover. Mit diesem Buch war sie in einer Fantasy-Welt. Und dann hat sie sowas wie Company der Ogre drauf. Von einem richtig guten Fantasy-Buch mit einer Fantasy-Welt wieder in das nächste zu gehen, ist ein bisschen schwierig. Zumindest gestaltet es sich schwierig, dann noch fair gegenüber dem nächsten Buch zu sein, wenn das davor einem so gut gefallen hat. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich die Reihe Xens hier auch verfolge, soweit das eben möglich ist. Ich habe zwei jetzt, zwei Teile gelesen. Einer fehlt mir noch aus dem dicken Sammelband. Den hätte ich jetzt nicht danach lesen können, weil ich dann auch mit den Welten irgendwann wirrwahl komme. Von daher muss dann was anderes her. Genau, und das sind die Probleme beim Auswürfeln. Also das Auswürfeln kommt tatsächlich zu Tage, wenn alle Bücher irgendwie gleich aussehen. Oder wenn ich mich jetzt dabei erwische, dass ich sage, okay, ich mache mal wieder einen Bogen um diese ganzen Bücher, die sowieso schon, wer weiß wie lange, auf dem Sub sind, da muss ich mir dann halt was einfallen lassen. Und wenn ich sage, eins von den fünf Büchern wird tatsächlich wirklich ausgewüffelt oder so. Mal sehen. Das ist alles noch in der Erprobungsphase. So, dann kommen wir zu etwas anderem. Und zwar zu einem Buch, mit dem ich mich gerade beschäftige. Ja, ich beschäftige mich mit einem Buch. Ich habe es nicht. Es wird wahrscheinlich irgendwann bei mir einziehen, aber ich habe es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Es ist ein Buch, das habe ich in dem Haus von Del Toro entdeckt. Ja, ihr wisst es vielleicht noch. Ich werde es euch unten auch nochmal verlinken. Schreibe ich mir gleich mal auf, dass ich euch den Link reinpacke. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, zwei Varianten. Ich weiß nicht, ob ich die finde, wo man die Bücher auch sehen kann. Wir sind ja total angetan von dem Haus. Das ist das Bürohaus, die Schreibwerkstatt, wie immer man es nennen möchte, von Del Toro. Und das ist mega kreativ. Und ja, da haben wir dieses Buch entdeckt. Und ich glaube, jeder Leser wird es kennen. Da sind Bücherregale. Das heißt, man scannt die Bücherregale ab. Das ist bei mir zwankhaft. Ich habe auch selbst bei einem wackeligen Video, das ins Netz gestellt wird, wird mir auffallen, ob da ein nettes Buch rumliegt. Das ist einfach als Buchmensch. Hat man einen Blick über die Bücherregale oder wenn da irgendwo ein Buch auf dem Tisch liegt oder so. Man guckt hin, man versucht es zu entziffern, man fragt sich, ob man es kennt. Ist einfach so. Und das erwartet man ja auch. Ich finde nichts deprimierender. Wir sind ja hier von Büchern umzingeln, wenn ein Besuch kommt und vor allen Dingen irgendwie das erste Mal oder so. Und die Bücher werden nicht beachtet. Niemand will gucken, was ist in den Regalen drin. Das ist echt sträflich. Das ist für mich das Interessanteste, jemanden einzuschätzen aufgrund der Buchwahl. Oder was heißt einzuschätzen? Aber man findet vielleicht Sachen, die man auch gelesen hat oder man fragt, wie ein Buch war oder so. Aber als Buchmensch sind Bücher einfach interessant. Das ist einfach so. Genauso wie man sich als Katzenmensch um die Katze kümmert oder überhaupt als Tierfreund. Mir fällt jeder Hund auf der Straße auf. Es ist einfach so. Ihr habt einen Blick dafür. Weil, naja, egal. Jedenfalls haben wir das Video mehrfach gesehen, weil ich sehe ja auch sowas. Ich bin nicht so gruselig, aber naja, wir sind im Aufbau. So, und ich fand es geil. Und dann sind ja diese Buchregale und natürlich habe ich es gescannt. Und irgendwo lag ein Buch rum, das ich euch jetzt hier einblende. Das ist Everything I Need To Know. I learned from children's books oder irgendwie sowas in der Richtung. Und ich finde die Idee ziemlich genial. Heute bin ich aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich, weil ich wieder irgendwas über Schreiben geguckt habe, ja, ich habe wieder mal irgendwie Schreibtipps geguckt oder beziehungsweise Filmanalysen mit Schreibdingens aufgedröselt. Und da bin ich über, habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich für ein Buch? Komischerweise kam mir das in den Kopf. Und dann habe ich jetzt auch bei Google, äh, nicht bei Google, ich habe bei YouTube gesurft und ich habe ein Video gefunden, das werde ich euch auch verlinken, von der Frau, die das geschrieben hat. Und, äh, ich bin noch nicht ganz durch. Ich habe da bis jetzt nur mal reingeguckt und ich finde, es ist so eine schöne Buchidee. Ich finde das so schade, dass das nicht übersetzt wurde, weil ich glaube, ich würde es so vielen von euch auch ans Herz legen. Es ist halt, ähm, das Projekt war, das sie zwei Jahre lang, glaube ich, Leute interviewt, über Kinderbücher. Über die Kinderbücher, die sie gerne gelesen haben, die Kinderbücher, die sie bewegt haben, die einfach, ja, sie geprägt haben. Und ich fand das eine so schöne Idee, dass sie wirklich zu den Top-Leuten in ihrem Feld, Physiker, Schauspieler, was auch immer, Sportler gegangen ist, Finanzmanager und was auch, Historiker, all diesen Leuten und hat gefragt, was war das Lieblingskinderbuch und warum? Welches Buch hat einen geprägt? Und ich, ich finde die Geschichten so toll dahinter. Ob es über die, den kleinen Zug, der sagte, er kann, sie kann, ich weiß gar nicht, ob das, ob das übersetzt ist. Jedenfalls, ähm, dass, äh, nur eine sich daran erinnert hat, das haben drei angegeben, als Lieblingsbuch, aber eine konnte sich daran erinnern, dass der Zug auch weiblich war. Und wenn ihr den Film E-Mail für dich gesehen habt, dann wisst ihr, dass dieses Buch auftaucht bei, äh, im Hintergrund, in der kleinen Buchhandlung, wie, Mc Ryan halt auf die Matratzen geht und um ihren Buchladen kämpft. Genau, weil der kleine Zug wohl immer sagt, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, und er kann, weil er es sich immer wieder sagt. So, diese, diese Geschichten dahinter, die bewegenden Geschichten, ähm, vor allen Dingen auch, dass Bücher Berufswünsche in einem wecken können, wie der eine Historiker, bei dem es anfing, damit, dass er ein Buch, äh, über Benjamin Franklin gelesen hat, aus der Sicht der Maus, die bei ihm Käse spielt, oder Käse isst oder so, jedenfalls aus der, Sicht der Maus, die bei ihm wohnte. Und das hat ihn, das war der erste Schritt für, ähm, historische Bücher, glaube ich, wenn ich jetzt die Sachen nicht durcheinander werfe. Aber, versteht ihr, ich finde es einfach großartig, dass es ein Buch gibt, wo über Bücher geredet wird, die in der Kindheit einen so tiefen Eindruck hinterlassen haben. Und, ich finde es schade, dass das nicht übersetzt ist. Vielleicht ist es übersetzt. Wenn ihr das wisst, dann hinterlasst mal einen Kommentar. Ich finde es einfach toll. Richtig gehend toll. Und das sind super Geschichten. Entdeckt sie selber. Habt Spaß damit. Ich, äh, finde, ich finde, es ist einfach eine traumhafte Idee. Also, ich bin so begeistert. Guckt es euch an. Und ihr wisst es doch von euch selber. Kinderbücher, die einem wirklich, wirklich was bedeutet haben, die will man auch behalten. Oder man gibt sie vielleicht irgendwann mal leichtsinnigerweise weg. Oder sie kommen abhanden, weil man sie verliehen hat. Oder was auch immer. Aber man möchte sie dann wiederhaben. Man möchte sie im Regal stehen haben. Mir ist das zum Beispiel auch gegangen. Ein Buch, das mir abhanden gekommen war, war Trixelinchen Hexenkind. Was habe ich mich angestrengt, dieses Buch wieder zu bekommen? Und damals war das noch nicht so einfach wie heute. mit Rebuy und Medimops und Amazon und wer da alles ist. Aber, es stimmt schon. Es gibt Bücher, die werden euch, ja, warum gibt es diese wenigen Bücher, die man einfach nicht los wird? Ja, die euch auch irgendwo bringen. War es klar, das ist die kleine Hexe gewesen von Preußler und Krabat hat einen mega Eindruck bei ihr hinterlassen. Bei mir war es ein bisschen... Aber, ich muss dazu sagen, ich... Ich verlinke euch hier unten. Ich habe ja noch ein drittes und es war Jim Knopf. Ja, und ich muss sagen, Lummerland ist für mich immer noch so ein bisschen der Inbegriff eines Wohlfühlortes. So diese heile Welt, Perfektion, keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf Lummerland was Schlimmes passiert. Ja, jedenfalls habe ich danach gedacht, auch bei mir. Ihr wisst, ich war als Kind, Ma hat mir vorgelesen, es hat mich nicht wirklich interessiert. Ich war halt ein Fernsehkind und bei mir waren es halt wirklich Anime-Serien, die mich so geprägt haben. Ich musste sofort denken an Doktor & Jan mit den Musketieren, die natürlich ein Riesenthema für mich als Kind waren. Dann war da Lady Oscar, klar, oder eine fröhliche Familie. vielleicht kommt daher der Wunsch oder kam daher der Wunsch, Schriftstellerin zu werden, weil Joe March, also mein geliebter Charakter aus dieser Serie, ja, dann Schriftstellerin wird. Erst viel später habe ich halt erfahren, dass es auf einem Roman basiert, den ich dann auch gelesen habe, Betty und ihre Schwestern. Und ich habe, vielleicht hat mich das geprägt und ich habe erst mit einer Freundin darüber geredet, hallo, ich weiß, du siehst dieses Video, über Mila Superstar. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, das war über so Volleyballspielerinnen und ich war ja ein sehr, sehr kränkliches Kind und dass Mila, selbst im Titelsong hieß es, Mila war krank und schwach, doch das ist vorbei, heute ist ihr ein Volleyass und ein kleines Wunder und dass ich mir immer gesagt habe, okay, ich bin ein kränkliches Kind, aber irgendwann wird es mir gut gehen und dann werde ich auch ein Volleyass sein und ich war kein Volleyass. Ich wurde gerade sein. Ich und Sport. Aber letztendlich hat es mir viel Auftrieb gegeben, diese Person zu haben und ich finde es einfach schön. Ich habe so nachgedacht darüber, noch nicht mal wie Bücher einen bringen, sondern alleine wie Geschichten einem auch helfen können und wie Geschichten, selbst wenn sie nur zur Unterhaltung sind, wie man sich an Charakteren orientiert, wie man Mut schöpft, wie man einfach, ja auch das Leben reflektiert. Und ich glaube, es ist auch Herr der Ringe gewesen, ich habe den dritten Teil nur einmal gesehen, den Film, dass Sam irgendwann ja sagt zu Frodo, dass er, ich kriege es wirklich nicht richtig hin, also nagelt mich nicht auf dieses Zitat fest, mir da jedenfalls sinngemäß, dass es, dass diese Geschichten wichtig waren, um zu sehen, dass es Helden gibt, dass man schaffen kann und so weiter. Und ich habe einfach diese extreme Liebe zu Geschichten heute wieder gespürt. Alleine dadurch, dass ich mich damit beschäftigt habe, wie andere Menschen von Geschichten geprägt werden und wie sie Geschichten, was in ihrem Leben bewegen. Und ja, ich finde das einfach mega. Und ja, deswegen wollte ich euch davon erzählen, von diesem Buch und von dem Video und überhaupt von der schönen Idee, einfach Geschichten zu huldigen und zu sagen, dass es schön ist, dass sie da sind und dass sie uns unser Leben lang begleiten. Ich brauche mich also nicht zu fragen, woher ich meinen Fantasy-Tick habe. Klar, die kleine Hexe, das war auch das erste Buch, das ich Sina gekauft habe. Da konnte die da noch gar nichts mit anfangen. Aber die kleine Hexe musste einfach da sein, weil es mir irgendwann abhanden gekommen ist. Und Krawatt war für mich eine Offenbarung, wie ich dieses Buch bekommen habe. Ich gestehe es, ich hatte es mir ausgeliehen und ich habe es nie wieder zurückgegeben. Ja, ich konnte es nicht zurückgeben. Es war meins. Es hat zu mir gesprochen und hat gesagt, du darfst mich nicht verstoßen. Ja, aber es war einfach wichtig. Und ja, es erklärt mir jetzt sehr, sehr vieles, warum ich gerade diesen Hang dahin habe. Ja, lasst uns doch mal wissen, was die Kinderbücher oder Geschichten, die euch total geprägt haben, waren. Ich finde es einfach toll. Ich mag diesen Gedanken so, so gerne. So, und dann kommen wir jetzt zu den Geschichten, die wir momentan lesen oder gelesen haben. und da fange ich jetzt einfach mal an, euch ein Buch einzublenden, nämlich Miss Maxwells Kurioses Zeitarchiv. Das lese ich im Moment auf dem Reader und wie ich euch eben schon gesagt habe, ich bin jetzt irgendwie bei 25 Prozent, ich denke, so um den Dreh. Ich habe es mir ausgeliehen, außer online. Ich muss es jetzt also lesen, weil die haben das gerade reingekommen. Da ist ein richtiger Rattenschwanz an Vorbestellungen und ich komme dann erst mal nicht mehr ran. Und deswegen sollte ich es lesen, weil es gefällt mir bis jetzt recht gut. Es geht um eine Zeitreise. Ich finde das Konzept genial von dieser Zeitreise, weil sonst heißt es ja immer und wehe du, wirst irgendwas verändern in der Vergangenheit. Alles muss genauso ablaufen, wie es war. Jetzt soll man sich wie ein Organismus vorstellen, diese Zeit. Und wenn man etwas, wenn man dabei ist, etwas zu verändern, wendet sich der Organismus gegen einen und versucht einen wie ein Virus auszuschalten. Und ja, dann kriegen so Historiker, weil es geht um Historiker, die einfach dabei sein wollen, wenn zum Beispiel Elisabeth die Erste gekrönt wird. Wie war das damals? Oder als Stonehenge gebaut wurde. Dafür die Zeitreise, nur als Beobachter. Und ich fand das ziemlich genial, dass jetzt so, dass sich die Zeit, die Welt dann gegen einen wendet, weil man ein Eindringling ist in dieser Welt und eigentlich nicht da sein sollte. Und wenn man beginnt, etwas zu verändern, hat man ein Problem. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich mag auch den kuriosen Schreibstil. Ich mag dieses leicht Verrückte daran. Und ja, ich bin gespannt. Im Moment würde ich sagen, dass es auf ein Vier-Sterne-Buch hinausläuft, wenn ich dann mal weiterlese. Und ich muss mich echt zwingen, jetzt mal wieder weiterzulesen. Und ja, aber dann werdet ihr mehr über dieses Buch irgendwann hoffentlich erfahren. So, dann machen wir erst die E-Books. Okay, machen wir erst die E-Books. Ich muss die jetzt hier immer einblenden. Habe ich gelesen Ein verwegener Gentleman. Dafür habe ich euch schon eine Buchvorstellung abgedreht. Sagen wir es so, es hat mich amüsiert. Es ist ein schöner, kleiner Regency-Roman gewesen. Und ich bin sehr froh. Es hat nur bei Amazon eine einzige Ein-Stern-Bewertung. Und ich habe mich nicht abhalten lassen. Ich kann es nur oft genug sagen. Weil mir ein Buch gefällt, muss es euch nicht gefallen. Und weil euch ein Buch gefällt, muss es mir nicht gefallen. Lesen ist etwas so Persönliches. Gerade in dieser Trivial-Literatur, wenn man einfach nur sagt, ich lese, um zu entspannen, um abzuschalten. Und nicht, weil da schöne Metaphern oder Sonstiges drin sind. Oder weil es mir besondere Gedankengänge mitgibt. Oder was auch immer da und Hochwertigkeit drin sein könnte. Nein, wenn es wirklich nur darum geht, abzuschalten und Spaß zu haben, glaube ich, hat jeder ein ganz, ganz, ganz persönliches Empfinden, wie er sich mit Leuten wohlfühlt. Also mit den Charakteren, mit dem Setting. Ob das Buch zur richtigen Zeit ankommt. Und deswegen, lasst euch nicht abhalten, wenn ich ein Buch doof finde, dass ihr sagt, das hört sich aber genau nach meiner Sache an. Lesen ist so persönlich, gerade in diesem Gebiet. So, dann kommen wir zu dem dritten E-Book und letzten E-Book in diesem Video. Und zwar Green Witch und das hat Marge gelesen. Genau, das kam neu rein und Hexe. Ja, da bin ich doch hellbar. Also habe ich gesagt, okay, das lau ich mir jetzt aus. Green Witch und ich habe es auch schon durch. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich fand die Ideen einfach auch toll. Von, ja, wir wissen ja immer, es gibt ja meistens dann diesen Moment, wo jemand sich entscheidet, was für eine Hexe man wird. Aber da ist es eben mal nicht, dass es eben ist gut oder böse, sondern da ist es halt, was für eine Art von Hexe wird es. Und ich fand gerade die Schattenhexen sehr interessant, war natürlich klar, dass es die nicht wird. Aber es waren eben auch mal ein bisschen anders. Naja, also da ist kein Spannungsbogen, was es wird. wenn es schon Green Witch heißt. Ja, es ist schon klar. Also da ist kein Spannungsbogen. Ich denke, da sagen wir nicht zu viel, dass sie eine grüne Hexe wird. Wird sie gar nicht. Wird sie nicht? Nein, tut mir sehr leid. Wird es echt nicht? Also das ist jetzt natürlich ganz übelste, übelste Vorhersage schlechthin, aber es wird ähnlich, sagen wir es mal so. Naja, egal. Also ich will das jetzt auch nicht genau, ich will es jetzt nicht verraten. Toll, ich glaube es. Es war halt, ich mochte es halt sehr gerne, dass sie ein Mädchen ist, die im Grunde genommen Kräuterhexe werden soll. So hat es der Rat beschlossen. Aber im Grunde genommen schlägt ihr Herz für etwas ganz anderes. Sie sich trotzdem damit arrangiert. dann wird es auch noch richtig spannend und so weiter. Also ich fand das wirklich sehr kreativ. Ich mochte das total gerne und die Autorin hat bei mir ganz fett gepunktet, soll ich sagen womit? Dass man sich auch an Erwachsene wendet. Genau, dass man sich also auch, obwohl sie das irgendwie falsch verstanden hatte, natürlich selbstverständlich an Erwachsene wenden kann, um Hilfe sich zu holen. Aber, nun gut, die Kiddies probieren es halt erstmal alleine. Fand ich toll, ein tolles Setting und so weiter. Aber dazu bekommt ihr natürlich noch eine ausführliche Besprechung. Aber hat sich gelohnt, fand ich schön. Oh, jetzt habe ich das eine gar nicht hier rum liegen. Egal, ich habe noch gelesen, Freibeuter der Liebe, dazu habe ich auch schon was abgedreht. Also... Das ist ja so... Ja, nee, das ist hier nicht mehr. Ja, das ist ein Heftroman gewesen. Ja, hat Spaß gemacht zu lesen. Also, guckt da vielleicht reines Spiel auf dem Meer. Es ist ein Verführungsroman mit reichlich Bett-Szenen drin. Guckt es euch an. Also, ja. Gut. So, dann komme ich jetzt hier zu John Moore. Nur Drachen leben länger und ich habe mich köstlich amüsiert. Das war genau das Richtige. Ich habe so viel Spaß mit dem Buch gehabt, obwohl am Anfang es einem Drachen ja, an die Schuppen geht. Und am Pferd? Ja, das wird aber nicht explizit beschrieben. So, aber da habe ich gesagt, okay, da gehe ich jetzt einmal sparsam rüber und gut, dass ich mich dafür entschieden habe und nicht gleich wieder gesagt habe, oh Gott, zack, zu, weg. Was kommt da wohl noch? Genau, was kommt da wohl noch? Und ich habe gedacht, okay, wenn da jetzt noch irgendwie noch weiter, wenn das jetzt hier nur um Drachenjagen geht, dann lassen wir das mal. Aber ich muss sagen, es hat mir super Bombe gefallen. Es war eine Prinzessin meines Herzens. Das ist auch mal selten. Ich habe selten so eine einfallsreiche Prinzessin gelesen oder gesehen. Sie hat mir wirklich richtig, richtig Freude bereitet. Und stellt euch mal vor, ihr seid Ritter und ihr habt endlich den Drachen erledigt. Tja, und ihr denkt, ihr bekommt jetzt die Prinzessin, aber ihr habt leider eine Grenze überschritten. Tja, was jetzt? Ja, vor solche Probleme werden die Händen hier gestellt. Also es läuft alles schief. Alles geht irgendwie chaotisch. Und ich habe mich super wohl gefühlt. Mal hat es richtig Spaß gehabt. Immer wieder hat sie gesagt, oh Sina, du musst hören, du musst hören, du musst hören, du musst hören. Ja. Es ist ein bisschen so, als hätte ich das Buch auch gelesen. Genau. Man darf nicht zu zimperlich sein, aber es ist halt Fantasy und das muss man halt klar unterscheiden. Weil Leute uns immer wieder fragen, wo für uns die Grenze ist bei Gewalt, bei Tieren und so weiter und so fort. Deswegen, ja, da hatten wir dann auch Diskussionen, weil man gesagt hat, es ist ein Drache, es stirbt, aber es macht mir jetzt nichts aus. Und da habe ich gesagt, weißt du was, solange du es klar kommunizierst damit, weil wie du es empfunden hast, ist doch alles okay. Mal ist es emotional beschrieben und man möchte es nicht dann lesen, weiterlesen und mal ist es halt so, dass man es gut abkann oder man ist auch einfach in einer anderen Stimmung. Also, Leute, nicht alles immer so, so ernst nehmen bei uns. Es ist lesens stimmungsabhängig auch, ne? Was man abkann, gerade wie man sich fühlt. Vor allem die Sache ist auch immer für mich, wie realistisch ist das? Genau. Kommt auch noch dazu. Ja, und wie emotional ist man daran gebunden oder sollst du denn jetzt leiden lassen, diese Szenen und diese ganzen Sachen, ja. So, was ich gerade lese, ist dieser Print, Kirschen im Schnee, das hatten wir uns ja bei dem Bücherei Flohmarkt geholt. Ich glaube, ihr könnt es so besser sehen, wie ich so halte. Ich finde das Cover wahnsinnig schön. Ich liebe dieses Cover. Und ja, darin lese ich im Moment recht häufig. wäre zum Nachteil meines Lesen kommen würden. Heute ist kein Lesetag. So, aber ja, hier sind immer wieder Rezepte, werdet ihr jetzt auch keine Freude haben, es sind wieder Rezepte drin. Ich weiß selber noch nicht, worauf es hinausläuft. Ich habe mir jetzt auch hinten nicht nochmal durchgelesen. Es sind, ich bin jetzt auf Seite 76 und ich kann euch nicht sagen, ihr habt eine Ahnung, worum es gehen könnte, aber auch nicht wirklich. Und ja, es sind Rezepte drin, wie für Käseknusperschnitte. Das heißt, ein Käsesandwich mit Chips drauf. Was haben wir hier zum Beispiel noch? Ja, ein Wunschkuchen ist drin, Liebe auf den ersten Biss und ja, es ist interessant. Also es sind schöne Rezepte noch mit dabei. Ich weiß nicht, ob sie wirklich gut schmecken, weil ich es nicht nachbacke und koche und so weiter, aber ich finde einfach die Idee toll. Und ich mag den Schreibstil. Ich fühle mich in diesen Buchen bis jetzt wohl. Ich hoffe, es bleibt so. Ja. Ich habe gerade mit Millionenschnäppchen angefangen. Das Buch Zwei Pudel vorne drauf, so sieht der Papa von unserer Emmy aus. Ist ja auch ein weißer Königspudel gewesen. Ja, und von daher Pudel, die Hunde meiner Kindheit. es gefällt mir total gut bislang, weil es halt einmal Frauen sind, die sagen, okay, irgendwann ist die Rente fällig und was dann. Also nehmen sie jetzt wirklich mal so ihr Mut, ihre gesparten Groschen zusammen und machen was damit. Und es sind tolle Charaktere. Wie gesagt, bis jetzt gefällt es mir total gut. Und ich finde es auch sehr humorvoll, dass vorne gleich steht, bitte in dem Verlag nicht anschreiben wegen irgendwelchen finanziellen Beratungen oder so weiter. Dafür stehen die nicht zur Verfügung. Es verspricht humorvoll zu sein, aber trotzdem clever. Und wie gesagt, ich mag die Charaktere jetzt schon sehr, sehr gern. Du hast nichts mehr? Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. So, ein Buch, das wir heute, heute im Tauschregal entdeckt haben. Ich zeige es euch jetzt, weil wir mit unseren Tauschregal-Videos ja so weit schon voraus sind, dass wir jetzt diese Sachen erstmal direkt auf den großen Sofand anlassen. Wir sind bis bis November vorgebucht und das macht jetzt gerade irgendwie nicht so unbedingt den Sinn. Und euch die jetzt alle auf einmal hinzuwerfen, macht auch irgendwie keinen Sinn. Durst, Durst, Durst. Ja, ich habe auch Durst. So, von Dr. John Watson Ich habe immer Durst. Sherlock Holmes Rätseluniversum Knifflige Rätsel und Kriminalfälle inspiriert vom berühmten Meisterdetektiv. So, das sieht schon mal richtig toll aus. Aber... Aha, der Inhalt sieht noch gut aus. Aber, schaut euch das mal an. Ein herzhafter Tropfen. Hier habt ihr immer Rätsel. Immer nur eine Seite, glaube ich. Genau. Ich habe gerade gedacht, was ist das? Ist das dein dicker Rüssel? Ja. Sie sagt ihr... Achso, ja. Ich habe deinen Namen genannt. Ja, genau. So, dann bist du auch schon da, ne? So. Oder hier. Ihr habt hier... Wir spazierten an einem Nachmittag oder lassen sie uns ihren Verstand und da heißt es da mitgerätselt und das finde ich ganz, ganz großartig. Das ist jetzt aber auch so ein Buch, das packe ich erst gar nicht auf den Sock. Das lege ich mir hierher. Und jeden Tag eine oder zwei Rätsel. Damit ich Sina jagern kann und nerven kann. Ja. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Buch haben. Ja. So, und dann haben wir noch gefunden, auch heute, Hans Wundersam, ein Wintermärchen von Ernst Kutzer. Ich zeige euch das mal. Das sieht so richtig, richtig nostalgisch aus. Ich weiß gar nicht, von wann es ist. Auf allfälle hat es schon einen Barcode. Das kann also nicht ganz von Anno Kuck sein. Und es ist so aufgebaut, wie die alten Kinderbücher. Wie diese alten... Mäuschen, was... Ja. Wie die Kinderbücher halt aus meiner Kindheit. Kleines. Das ist total toll. Und es geht halt um... Kannst du ja nicht liegen. Es geht halt um einen kleinen Engel, der im Schnee gefunden wird. Und zum Dankeschön nimmt dieser Engel wohl den Mann mit in den Himmel und dann hat er irgendwie einen Wunschfall oder so. Ich muss es aufschreiben. Ach so. Ich finde es jedenfalls süß. Es ist in Reimform, so ein bisschen wie der Struffelpeter. Natürlich nicht inhaltlich, aber so... Ich bin gespannt. So, ein Buch, das wir euch ja schon mal gezeigt haben oder noch... oder ihr werdet es noch sehen in einem Tauschregal-Video ist Katzengeschichten. Wir machen uns das gleich... Und ich finde, dieses Buch ist einfach nur traumhaft schön. Ich habe mich jetzt aber dagegen entschieden, es wirklich zu lesen. Vielleicht tue ich das irgendwann mal. Aber schaut euch diese Illustrationen an. Das ist einfach gnadenlos schön. Also es taucht auch in einem Tauschregal-Video auf, wo wir davon schwärmen, wo Mar sagt, dass sie es lesen wird. Aber wir haben jetzt gesehen, das sind teilweise nur Auszüge aus Geschichten. Und ich weiß nicht, ob die Geschichten immer so heiter sind. Wie von Co. Das über die Katze finde ich nicht sehr heiter. Aber schaut euch das an. Das ist doch so ein Buch, das ist viel zu schade, dass es im Regal verschwindet. Ja, das ist... Wenn es dieses Bild gäbe als Poster. Vielleicht sollten wir es da vorne hinstellen. Genau. Da hinter Mar. Vielleicht ist das groß. Ich finde es einfach nur. Oder noch klein genug, um da reinzupassen. Das fände ich ziemlich cool. Ja, ich finde es einfach nur wahnsinnig schön. Und ja, von daher, ich bin glücklich, dass ich es habe. Aber ich bin ja wirklich kein Fan von Kurzgeschichten. Das ist ganz, ganz selten, dass ich mal Kurzgeschichten mag. Mäuschen. Ja, wir kommen jetzt. Und da macht jemand... Emmys Geduld ist jetzt am Ende. Ja, es ist das Ende eines Tages. Und jetzt sollten wir doch schon längst auf dem Sofa oder im Bett liegen und sollten sich streicheln und lesen. Genau. Und nicht mehr sitzen. Und vielleicht ab und zu mal holt voll ihr ein kleines Leckerchen rüberreichend. Ja, das wäre schön, ne? Ja, das wäre genau das Richtige. Für dich, ne? So, und da wir unseren Hund nicht noch weiter warten lassen wollen, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit mit uns, werden wir jetzt weiter lesen. Und wie gesagt, wir werden sehr gespannt darauf, welche Kinderbücher euch wirklich geprägt haben, die ihr auch nie weggeben würdet oder wo ihr noch hinterher jappert, die wieder zu bekommen. So, dann würde ich sagen, macht es gut. Habt eine gute Nacht, einen schönen Tag und ja, passt auf euch auf. Bis dann.